Frankreich und Deutschland rüsten auf. Sie überschlagen sich mit Versprechen mehr fürs Militär auszugeben. Die beiden historischen Rivalen, die früheren Feinde, arbeiten heute zusammen und beide zögern in der Unterstützung für die Ukraine. Präsident Emmanuel Macron sagte am 20. Januar, Frankreich werde seine Militärausgaben in den kommenden Jahren um mehr als ein Drittel erhöhen. Um nichts Geringeres zu erreichen, als die Umgestaltung der französischen Armee, um den großen Gefahren dieses Jahrhunderts zu begegnen. Deutschland kündigte im vergangenen Jahr einen Sondervor in Höhe von 100 Milliarden Euro an, um seine militärische Stärke zu erhöhen. Aber am 27. Januar sagte der kürzlich in sein Amt eingeführte deutsche Verteidigungsminister in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass dieser Fonds zu gering sei, um den Bedarf Deutschlands zu decken. Das erklärte Ziel Deutschlands ist es, die stärkste Militärmacht auf dem Kontinent zu werden. Frankreich und Deutschland versuchen sich gegenseitig bei der Erhöhung ihrer Militärausgaben zu übertreffen. In den frühen Jahrhunderten war es ein großes Alarmsignal, wenn diese beiden Nationen begannen, sich aufzurüsten. Es bedeutete fast immer, dass ein Krieg zwischen den beiden historischen Rivalen unmittelbar bevorstand. Doch die Zeiten haben sich geändert. Am 22. Januar war der 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Mit einer gemeinsamen Zeremonie demonstrierten Deutschland und Frankreich einmal mehr ihre Solidarität. Und doch rüsten die beiden Nationen auf, in historischem Ausmaß. Man könnte annehmen, dass das verstärkte Engagement für die Verteidigung auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen ist. Doch Deutschlands und Frankreichs Unterstützung für die Ukraine ist gleichzeitig mangelhaft. Des Weiteren versuchen sie Russland zu beschwichtigen und wirtschaftliche Beziehungen aufrecht zu erhalten. Der stellvertretende polnische Ministerpräsident ging sogar so weit, zu sagen, dass er sich nicht sicher sei, ob Deutschland einen Sieg der Ukraine wünsche. Er sagte letzte Woche am polnischen Radio 1, die polnische Regierung erinnere sich an die Nord Stream Pipeline, die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau. Am 21. November erklärte der britische Premierminister Boris Johnson gegenüber CNN, Deutschland wollte zu Beginn der Krise, dass die Ukraine kapituliert. Der ukrainische Botschafter zur Zeit in Deutschland, Andrei Melnyk, sagte genau das Gleichstellende im Interview mit der Welt. Deutschland wird zu Recht kritisiert, aber was die Hilfe für die Ukraine angeht, so hat Frankreich noch weniger geleistet. In den ersten entscheidenden Monaten des Krieges hat es sogar weniger als das kleinere Polen und das weit entfernte Kanada geschickt. Dazu kommen noch die beschämenden Telefongespräche von Herrn Macron mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, die nichts zur Verhinderung des Krieges beigetragen haben. Mit ihrer mangelnden Unterstützung für die Ukraine riskieren Frankreich und Deutschland nichts Geringeres als den Verlust des Vertrauens der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Das ist von enormer Bedeutung und man sollte sich fragen, warum sie in solch kalkuliertes Risiko eingehen würden. Was haben sie zu gewinnen? Frankreich und Deutschland streben nach Unabhängigkeit von den USA. Deshalb haben sie lange vor dem Einmarsch Russlands in Ukraine eine europäische militärische Supermacht angekündigt. Angesichts der Geschichte der beiden ist diese Wendung der Ereignisse bemerkenswert. Im Jahr 2006 schrieb der Chefredakteur der Posaune, der Gerard Flury, das folgende Zitat Deutschland ist in der Vergangenheit immer dann gefährlich geworden, wenn man es am wenigsten erwartet hat. Deutschland hat 1870 einen Krieg mit Frankreich begonnen und es erobert. Deutschland nutzte die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand als Vorwand, um in den Krieg zu ziehen. Als fast niemand einen Krieg erwartete. Deutschlands Aggression bei der Übernahme von Nachbarländern im Jahr 1939 führte zum größten Krieg, den die Menschheit kennt. Man weiß nie, was Deutschland ausheckt. Es neigt dazu, in Kriege zu geraten. Zitat Ende Deutschland hat eine kriegerische Vergangenheit. Aber die Bibel offenbart, dass Europa in dieser Endzeit geeint sein wird. Daniel Kapitel 2 enthält eine Prophezeiung über weltregierende Reiche. Das letzte dieser Reiche wird als ein Zusammenschluss von Nationen prophezeit. Dies bezieht sich auf ein von Deutschland dominiertes, Europa, in dem Frankreich eine wichtige Rolle spielen wird. Gott selbst benutzt dieses Bündnis, um sein Volk zu bestrafen, vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien heute. Deshalb sehen wir, wie Deutschland und Frankreich sich gegen Amerika und Großbritannien auflehnen. Dies führt zu dem, was Jesus Christus in Matthäus 24 prophezeite und was er die große Trübsal nannte. Gott bestraft unsere Welt, um sie von der Sünde zu reinigen. Und Gott offenbart, dass alle Völker gesündigt haben und leiden, bis sie lernen, Gott zu gehorchen. Aber sowohl Daniel 2 als auch Matthäus 24 enden mit der Wiederkunft Christi. Inmitten dieser schrecklichen Nachrichten gibt es Hoffnung. Erfahren Sie mehr über diese Prophezeiungen unserer kostenlosen Broschüre Deutschland und das Heilige Römische Reich. Diese Broschüre und weitere Literatur finden Sie auf unserer Webseite dieprosaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info-add dieprosaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist José Mischels. Bis zum nächsten Mal.